Musik Medizin im Dialog heißt eine neue Veranstaltungsreihe, die am 6. Februar im städtischen Klinikum beginnt. Dr. Ulrich Jaschke, Leiter der Gefäßchirurgie, erklärt wann und warum Rücken- oder Beinschmerzen ein Zeichen für ein Aneurysma, also eine Gefäßerweiterung der Bauchschlagader sein können. Das ist eigentlich ein Krankheitsbild, was so 2% der Männer im Alter von 65 bis 75 Jahren betrifft. Das ist so der Häufigkeitsgipfel. Bei dem Bauchartenaneurysma handelt es sich im Grunde genommen um eine Aussackung der Hauptschlagader im Bauch. Die Hauptschlagader wird in die einzelnen Teile eingeteilt, dass die Hauptschlagader sowohl im oberen Anteil der Brust ist und natürlich auch unterhalb der Nierenarterien. Und das Häufigste ist, dass die Ausweitung unterhalb der Nierenarterien auftritt. Das nennen wir das Bauchartenanarysma. Eine berühmte Persönlichkeit, der an einem Bauchartenanarysma verstorben ist, hat sich nicht operieren lassen, obwohl sie das wusste. Das Bauchartenanarysma birgt die Gefahr, dass es plötzlich platzt und der Mensch innerlich verblutet. Wie macht sich sowas bemerkbar bei den Patienten? Kommt das frühzeitig, kommt das akut? Das sind so die Unterschiede. Wenn es akut kommt, ist es schon sehr groß. Das Bauchartenanarysma, dann merken Sie nur einen Schmerz im Rückenbereich. Viele Patienten kommen zu mir, haben Schmerzen im Rücken. Dann werden sie untersucht auf Bauchartenanarysma, auf die Risikofaktoren, die häufig mitbestehen. Das ist Rauchen, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Mellitus. Natürlich auch eine genetische Bedingung, die vorherrschen kann bei den Patienten. Und klar, natürlich, das männliche Geschlecht ist häufiger betroffen als das weibliche Geschlecht. Schmerzen im Rücken treten auf. Es können auch schon mal Schmerzen in den Beinen auftreten, weil so ein Aneurysma häufig auch kleine Blutgerinnsel innerhalb des Sackes sind, die von dem Blutstrom ausgespült werden und dann zu Verschlüssen in den Beinen führen können. Dann kommt ein Patient und sagt, ganz normal, ich kann nicht mehr gehen, nach 50, 100 Metern. Deshalb gehört bei jedem Patienten, der mit Durchblutungsstörungen zu uns kommt, der Ultraschall, um das Bauchartenanarysma auszuschließen, was einfach mit einem Ultraschall zu machen ist. Welche therapeutischen Möglichkeiten haben Sie hier im Klinikum Soligen? Wir besitzen hier im Klinikum Soligen sämtliche therapeutischen Möglichkeiten, also für eine großgefäßige kurkische Abteilung. Das heißt, endovaskuläre Aortenreparationen werden zu 90 bis 92 Prozent heute in den Kliniken durchgeführt. Wir machen nicht mehr den großen Bauchschnitt, der früher vonnöten war, dass der Patient vier Wochen auf der Intensivstation verbracht hat. Heute machen wir das endovaskuläre Verfahren. Ich bin selbst endovaskulärer Chirurg und endovaskulärer Spezialist, also zugelassen von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie, um diese Verfahren durchzuführen. Und einfach zu sagen ist, wir legen beide Leistensschlagadern frei, gehen mit einer sogenannten Prothese nach oben in die Aorta, röntgen das und entfalten dort die Prothese innerhalb des Aneurysmas. Wir schneiden gar nicht mehr das Aneurysma weg, wir stützen das Aneurysma mit einer Gitterprothese von innen. Das wird nachgeröntgt und jedes Jahr kontrolliert bei uns in der Sprechstunde. Untertitelung des ZDF, 2020